Musik Mein Name ist Paul Gunnacek. Ich bin stellvertretender Queen-Chef im Ringhotel Zollböckerhof in Herdecke. Ich bin seit über zehn Jahren im Beruf und koche immer noch leidenschaftlich gern. Zu meinen Aufgaben gehören Warenbestellung, Warenkalkulationen, Speisekartenentwicklung. Das sind alles Dinge, die sich jeden Tag unterschiedlich darbieten. Und das ist schon eine spannende Sache. Es macht unheimlichen Spaß mit einem jungen dynamischen Team, welches wir zurzeit haben, das Ganze nach vorne zu bringen. Das Schöne an dem Job ist natürlich das Kochen mit frischen Produkten, die Zubereitung der einzelnen Produkte, die Möglichkeiten, welche man bei diesen Produkten eigentlich hat, von denen man das eigentlich nie gedacht hätte. Und vor allen Dingen auch das Kennenlernen der Menschen, der Gäste, dieses Miteinander, Teamarbeit. Also alles in allem ist das natürlich schon was ganz Tolles und was ganz Besonderes. Musik Musik